Hallo und herzlich willkommen zum großen Wochenausblick von tradingportal.net und ich hoffe ihr seid bereit, denn es steht so einiges an in der nächsten Woche, die man wahrlich als Superwoche bezeichnen kann, mit sehr vielen starken Impulsgebungen. Da haben wir wieder sehr viele Auffälligkeiten, die am Freitag zum Beispiel komplett ignoriert wurden. Wir haben nachbörslich wieder einige Insider-Transaktionen gesehen. Die großen CEOs machen weiter Fettkasse, vor allem im Bankensektor. Schauen wir uns heute an, Wochen verkaufen die denn in so großem Maß, wenn das Beste doch noch bevorsteht. Vielleicht das Thema, was wir am Freitag so unterschwellig gesehen haben. Auch in Deutschland zwei Banken, die große Abschreibungen haben wegen dem US-Büroimmobilienbereich, die New York Community Bank Group, Abverkauf am Freitag, neuer CEO, Milliardenverluste. Und Jerome Pau in der nächsten Woche dran, spricht er da wieder über das Schattenbackensystem, über die Regionalbacken, wo er ziemlich unverblümt gesagt hat, da wird das aufbrechen. Die Märkte das nicht hören. Mal gucken, in der nächsten Woche ist das zweimal vor der Kamera. Ich werde hier natürlich dann wieder berichten, live dabei sein. Dann hier in diesen großen Wochenausblick schauen wir auch nochmal auf das Thema Zinswende, die anscheinend verschoben wird. Ist das gut so? Ist das vollkommen egal mittlerweile? Wir haben ja die Big Techs, das schauen wir uns an, da quasi die ganze Wahrheit legen wir mal drauf aus den letzten 80 Jahren, wie es denn wirklich war, was dann wirklich folgte. Heute also alles sehr komprimiert mit vielen wichtigen Informationen. Wir legen einfach mal los und beginnen mit einem kleinen Wochenrückblick. Komm mit in meine Trader-Community und verpassen nichts mehr an den Märkten. Meine Trading-Setups im Detail. Mit meinem Signal-Screener keine Signale mehr verpassen. Inklusive Live-Chats mit Research und Chart-Analysen. Und noch vieles mehr zu einem unglaublichen Preis. Klicke den ersten Link in der Videobeschreibung für weitere Informationen. Vielleicht sehen wir uns bald in meiner Trader-Community. Jetzt bleiben wir bei den Fakten. Und die Fakten heißen, die Woche endete überwiegend grün. Nicht alle haben es grün geschafft, aber der S&P 500 hat zum Beispiel wieder seine grüne Wochenkerze hingelegt. Hat sich aber auch ziemlich in dem Szenario bewegt, was wir in den letzten Wochen skizziert haben. Anfang Konsolidierung zu den Inflationsdaten. Dann wieder der bullische Ausbruch und der Happy Friday. Im Großen und Ganzen haben wir es gesehen. Jetzt haben wir hier seit Ende Oktober, dort kaufen, dort Investoren, Kaufkursen nutzen, die bullische Flagge Richtung Jahresende. Ja, dieser Trend läuft immer noch. Und jetzt haben wir in 19 Wochen haben wir jetzt, sind es 19 Wochen? Ja, in 18 Wochen, bin ich schon eins weiter, in 18 Wochen haben wir 16 grüne Handelswochen hingelegt. Sehen wir ja auch mit den grünen Wochenkerzen hier. 16 grüne Handelswochen in 18 Wochen. Das gab es das letzte Mal 1971. Also wir bewegen uns. Diese Rallye hat schon einen ganz schönen Bart, aber das Momentum trägt weiter. Und man ist sehr ignorant unterwegs, vor allem Freitag. Happy Friday, alles ist egal. Die Volatilität geht nach unten, die Märkte gehen nach oben. Obwohl wir dort einige Punkte hatten, wo man hätte überlegen können, kommen wir aber gleich drauf zu sprechen. Hier nochmal der Wochenverlauf an der Wall Street. Es war wieder ein bisschen der zweigeteilte Bild. So einheitlich ist es eben nicht mehr. Der Dow Jones hat zum Beispiel im Minus geschlossen. Die Nebenwerte waren mit dem Nasdaq der Outperformer. Der Rest ist so mittendrin. Falsch. Der DAX war eigentlich der Outperformer. Also das ist hier nur die Wall Street. Der DAX war auch noch der Outperformer. Der hat gut zugelegt. Der hatte nämlich nun sieben Rekordhochs in Folge. Das gab es das letzte Mal 2015. Auch schon ein bisschen her. Wir sind wirklich so ein Bereich, wo wir jetzt wirklich schon zu mehr Jahresrekorde knacken. In dieser Rallye, die jetzt noch am Anfang steht oder vor dem Ende, das schauen wir ja charttechnisch immer an. Hier nochmal ganz kurz der DAX im Bild. DAX Kursindex und hier der DAX Performance Index. Den Kursindex zeige ich ja zu gerne auch im Chartcheck regelmäßig, um die Sache mal ein bisschen seriöser einzusortieren. Denn wir haben erst in der letzten Woche, das erste Allzeit hochgesehen seit 2001, also im DAX Kursindex, wo wir mit Dividenden nicht berücksichtigt sind. Der faire Vergleich zu den US-Indizes und US-Indizes zum S&P 500 zeigen wir bloß nie. Wir zeigen immer nur den Performance Index, was gar nicht fair ist. Aber sonst würden wir nämlich ganz blöd dastehen. Denn sehen wir den Kursindex, da sehen wir, dass wir ziemlich knapp nur über den Hochpunkt vom Jahr 2000 stehen. Und hier 2015, 2018 immer nur minimal neue Hochpunkte geholt haben. Also so spitzenmäßig sieht man der reinen Kurswertentwicklung eben nicht aus. Der Performance Index sieht natürlich viel besser aus, aber man ist trotzdem der Underperformer zur Wall Street, zu den US-Indizes. Man ist einfach nicht sonderlich attraktiv. Man ist aber auch nicht so teuer, weil viele auch gleich wieder sagen, Bubble, 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 guckt euch das Umfeld im DAX an. Hatte ich ja letzte Woche schon gezeigt. 18% der Umsätze werden, der DAX-Unternehmen kommen nur aus Deutschland. Ob da eine Rezession ist, ja oder nein, ist nicht schön. Aber es ist jetzt auch nicht so maßgeblich. Also der DAX, neues Alter, doch auch im Kursindex. Das hatten wir aber alles schon etwas im Short-Check besprochen. Zum Beispiel mit dieser Grafik, dass das Bild im DAX-Stunden-Short. Wie gesagt, schaut euch gerne den Short-Check an, der hatte ich gestern schon veröffentlicht. Wer Interesse hat am DAX, wie es da weitergehen mag, sollte sich dieses Video antun. Oder einfach meinen Kanal abonnieren. Da verpasst man es sowieso nicht. Wir hatten hier einen Stunden-Short, haben wir so eine langgezogene Welle vor einer Woche starten. Und die Frage, haben die Bären eine Chance? Haben nur eine Chance, wenn es die 17.200 triggern. Haben sie die getriggert? Haben wir nicht getriggert. Wir haben so einen Impuls gebastelt Richtung 17.800. Ich hatte es im Trading-Chat nun auch schon geschrieben. Meine Hauptannahme ist, dass wir hier erstmal ein bisschen konsolidieren. So 300 Punkte kann man nach unten gehen. Aber wenn das eben der Impuls ist und davon muss man fest ausgehen, bleiben wir oberhalb der 17.4. Erstes kleines Warnsignal unterhalb der 17.2 ist das dann hinfällig. Aber eben oberhalb, da muss man davon ausgehen, dass der Angriff auf die 18.000 noch kommt. Im Detail, wie gesagt, im DAX-Short-Check habe ich euch eingeblendet. Oder schaut einfach auf meinem Kanal mal nach. Also der zieht ja noch ordentlich an und steht in den Impuls. Und vor allem, jährige Muster wurden bisher einfach nicht aufgegriffen, obwohl man immer Einladungen bekommen hat. Und trotzdem der DAX, ich hatte es eben schon gezeigt, ein Kursindex, ein neues Allzeithoch. Aber eben nicht so viel Dynamik wie im US-Markt. Hier nochmal der Vergleich für die letzten 17 Jahre für die USA. S&P 500, die Performance, dann mal den MSCI World, Ex-USA. Der ist ja extrem geprägt. Ich habe den MSCI World, ich habe die ganze Welt. Du hast mittlerweile die USA und den Big Tech-Bereich. Und das mal herausgerechnet, fehlt aber eine Großteil der Performance. Die haben nun mal die Performance gebracht. Und diese Differenz oder hier die Schwellenländer, gigantischer Unterschied mittlerweile. Und noch nie war diese Outperformance der USA so groß wie jetzt. Sind wir wieder bei dem Punkt historische Rekorde, die hier wieder geknackt werden. Oder Mehrjahresrekorde, die geknackt werden. Also diese Outperformance gab es so noch nie in diesem Ausmaß. Also deswegen muss man ja eigentlich auch dabei sein. Und das sage ich ja auch beim Sportplan. Ich habe ja auch MSCI US Tech, also komplett konzentriert, aber eben nur beigemischt. Also hier MSCI World, Ex-USA, ich glaube, die gibt es gar nicht als ETF. Das müsste man dann rausschorten oder so extra zusammenbasteln. Würde ich ja nicht empfehlen. Man muss ein bisschen beimischen, ist in Ordnung. Aber bei den Highflyern sollte man trotzdem mit dabei sein. Was wir hier noch haben, das ist die Antreiber. Woher kommt diese Performance? Ihr wisst das schon selbst, alle, die diesen Kanal lange verfolgen oder halbwegs an der Börse dabei sind, sind natürlich die Big Techs, die antreiben. Haben wir schon mehrfach erwähnt. Aber die Big Techs laufen jetzt seit Jahresanfang auch nicht mehr am Gleichschritten. Apple im Minus, Google im Minus, Tesla im Abverkauf. Ja, und dann auf der anderen Seite haben wir sowas hier Blaues. Die Entwicklung der Marktkapitalisierung hier Nvidia zu sehen, die sind seit Jahresanfang um 65% gestiegen. Also die sind da mega Outperformer. Und seit dem Tiefjahr Ende 2022 haben die um 460% zugelegt. Und die Marktkapitalisierung, sie explodiert nach oben. Hat sie jetzt mit 2 Billionen US-Dollar haben sie Amazon und Google überholt. Und hier oben warten schon Microsoft und Apple. Apple letztendlich fast seit, ich weiß nicht, ein Jahr ohne irgendeine Veränderung bei der Marktkapitalisierung. Aber es treibt eben die KI, vor allem Nvidia treibt nach oben. Die hatten Ende 2022, hatten die noch eine Marktkapitalisierung von knapp 280 Milliarden US-Dollar. Jetzt über 2 Billionen US-Dollar. Es gab noch nie ein Unternehmen, welches so schnell so viel Marktkapitalisierung hinzugewonnen hat. Sind wir wieder bei dem Punkt historische Rekorde. Es ist ein bisschen wieder die Zeit der historischen Rekorde. Aber, habe ich auch häufig gesagt, ist Nvidia eine Bubble, ja oder nein? Nach den reinen Kennzahlen muss man ganz klar sagen, nein. Schaut euch die Kursumsatzverhältnisse, KGV-Verhältnisse an. Vor allem Torwart für die nächsten 12 Monate. Die haben einfach abgeliefert. Die haben immer gigantisch abgeliefert. Umsätze sind jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit Amazon oder Google, also Alphabet. Aber die haben so eine unglaubliche Profitabilität, auch aufgrund ihrer gigantischen Gewinnmarschen, die sie haben. Ob das gehalten werden kann, das ist eher die Frage. Ich habe Zweifel und der CFO hat es ja auch gesagt zum letzten Earnings-Score, dass dieses extrem hohe Niveau nicht gehalten werden kann. Heißt aber, sogleich für Nvidia, die dürfen nicht immer so stark ansteigen. Weil dann wird man wirklich zu teuer. Man ist anspruchsvoll bewertet, nicht in einer Bubble. Aber wenn jetzt dieses Extremwachstum, historischem Maß, was wir hier sehen, nicht so bestätigt werden kann und man nur einen leichten Rückgang hat, beispielsweise bei den Gewinnmarschen, davon gehe ich aus, dass die nicht so gehalten werden können, Konkurrenz nimmt ja auch zu, dann darf man nicht mal ganz so dynamisch ansteigen. Das werden wir weiter verfolgen. Momentan, ja, Bubble-Fan bin ich in diesem Bereich nicht, aber man muss ja richtig abliefern. Bisher stimmt ja die Story. Aber die Big Techs, die großen Antreiber der Märkte, vor allem sind es jetzt letztendlich nur noch Nvidia. Meta ist noch mit dabei. Nur diese beiden werden, Meta, also ex-Facebook und Nvidia, sind dafür 60% des Jahresgewinns im Nasdaq 100 verantwortlich. Das ist schon eine Ansage. Daher kommst du, die ganzen Big Techs reiben gar nicht mehr. Aber Europa sollte man, so unterschwellig, das ist hier mal zu sehen für die MSCI Europa, die fünf größten Werte dort und ihre Gewichtung im Index auch stetig ansteigen. Die haben verdoppelt seit 2021, also auch hier die Big-Großkonzerne übernehmen. Das ist vielleicht auch ein bisschen das Neue in unserer Zeit. Vermutlich kommt es auch einen großen Teil vom passiven Investieren. Alle sind ETFs dabei, die sind meistens gewichtet nach Marktkapitalisierung. Heißt, die großen Werte immer größer. Man hat einen MSCI Award, aber du hast letztendlich sehr große Teile von Apple, Nvidia, bist eigentlich dort mit drin. Deswegen ist dort eben auch die Beimischung umso wichtiger. Also hier, unterschwellig weiß man immer so gar nicht, aber auch in Europa huschen mittlerweile auch die Großkonzerne. Und die Performance ist da auch gerade in Eurostock 600 gar nicht so verkehrt in den letzten Wochen und Monaten. Ja, Performance schauen wir hier mal drauf nochmal auf den S&P 500. Das waren die Jahresendziele zum Ende 2023 von den Analystenhäusern. Und das Jahr, das ist verflogen wie im Jahr, wie im Flug. Das ist vergangen, das haben wir Februar vorbei und wir haben schon fast alle Jahresendziele für 2024 abgeräumt. Gucken bei GP Morgan, die hatten noch Dezember 4200 im S&P 500 gesehen. Denn jetzt im Eiltempo werden jetzt alle angehoben, die Ziele. Man muss da dranbleiben, weil sonst sieht das am Ende etwas blöder aus. Hoffentlich nicht zum ungünstigsten Zeitpunkt. Aber hier 4200, da müsste die Welt schon untergehen, wenn wir dort wieder hinfallen. Das wäre auch charttechnisch meiner Meinung nach zu viel. Aber sehr interessant, wieder mal so ganz heftig. Ja, meistens im deutschen historischen Mittel um 10% liegen eigentlich die großen Analystenhäuser mit den Jahresendzielen daneben. Ja, ich habe nicht aufs Jahresende gesagt, ich bin kein Freund von solchen Jahresendzielen. Weil man weiß nie, was dazwischen passiert. Ist vielleicht eine Regionalbankenkrise dabei oder Fukushima oder irgendein Krieg. Was soll man das denn wissen? Und dann solche hingewürfelten Zahlen. Man sieht ja, wie das dann am Ende aussieht. Ja, S&P 500, um mal bei den Rekorden zu bleiben, ist jetzt hier, wie viele 80 Tage sind das? 82 Tage nun ohne einen Rücksetzer von mehr als 2%. Das ist auch schon eine gute Serie. Wir sind mal 2% wieder gestiegen, aber 2% zurückgefallen sind wir noch nicht. Und das ist die letzten 5 Mal, da muss man schon gucken, das geht bis in die 1960er Jahre zurück. Also sehr häufig war das nicht der Fall. Man sieht aber auch, dass das deutlich ausgedehnt werden kann. Hier zum Beispiel zur Dotcom-Bubble oder zur Finanzkrise. Da gab es noch größere Serien, beziehungsweise kurz davor. Das ist dann vor der Dotcom-Bubble, das ist die Euphorie-Phase. Wenn man so eine richtige Euphorie-Phase hineinlaufen kann, kann das eben auch noch weitergehen. Aber auch hier, es ist eben schon ein Bereich. Das sieht man nicht alle Tage, was wir aktuell am Markt so sehen. Hier nochmal die Allzeithochs, die aktuellen im S&P 500. Auch nochmal seit 1929. Da gab es 45 Allzeithochs. Dann gab es mal eine Zeit, oh Gott, oh Gott. Seit 1930 bis 1953 gab es nicht ein Allzeithoch. Also die Älteren werden sich erinnern. Ja, aber sowas gab es eben auch. War das Zweite-Weltkrieg natürlich mit dabei. Aber auch hier in der jüngeren Geschichte, Dotcom-Bubble. Nach Platz in der Bubble, da hatten wir auch mal so von 2001 bis 2006 kein einziges Allzeithoch. Damals 2007 gab es noch wenige und dann gab es wieder bis 2013 keine. Also es hat ein bisschen Lücken, diese Grafik. Jetzt sind wir schon bei 15 wieder angekommen. Also sehr ordentlich für Ende Februar, Anfang März. Im historischen Mittel von allen Allzeithochs, die wir haben, die Null mal nicht reingenommen, liegt das historische Mittel bei 29. 29 Allzeithochs pro Jahr. Also ein bisschen noch, 14 noch draufpacken. Und dann haben wir schon das historische Mittel. Mal gucken, ob es vielleicht so ein gigantisches Jahr werden kann. Bisher, das Momentum läuft und die KI-Hoffnung läuft auch noch. Wird momentan auch immer noch unterfüttert mit super Zahlen von NVIDIA. Hier nochmal kurzer Blick zu auf den Nasdaq, den wir vor einer Woche im Shortcheck besprochen haben. Da hatten wir die NVIDIA-Zahlen, den Anstieg. Dann war die Woche vorbei. Basisszenario war bis zu den Inflationszahlen, die wir donnerst. Da hatten wir eine bullische Konsolidierung. Die hatten wir ja als Flacke. Und dann mit den Zahlen, mit den Happy Friday, die Auflösung auf der Oberseite. Und das ist genau der Fall, den wir auch eingezeichnet hatten. Da haben wir jetzt hier im Nasdaq wieder gut abgearbeitet. Wer den ganzen Shortcheck sehen möchte für die US-Indizes, auch hier auf diesem Kanal, habe ich gestern auch noch veröffentlicht. Umkehrsignale gibt es momentan nicht. Wir hatten diese kleine Zwischenkonsolidierung bis zum Ziel sofort wieder aufgelöst. Ist das ein Impuls, ja oder nein? Oberhalb der 17.000. Also tun da geht es munter weiter. Unterhalb könnte es mal ernst werden. Aber wie gesagt, Shortcheck für die US-Indizes gab es ein extra Video. Habe ich euch hier mit eingeblendet. Oder findet ihr auf meinem Kanal. Momentan Momentum läuft. Momentum läuft. Und es geht weiter nach oben. Thema Saisonalität. Eigentlich Februar ist so ein zweigeteilter Monat gewesen. Die ersten zwei Wochen sehr starke Wochen. Die letzten beiden Wochen die schwächsten Wochen. Wie war es? Der Februar war im Allgemeinen stark. Er war im Allgemeinen stark. Hier nochmal die Saisonalität im Wahljahr, wo wir ja nun sind. Ja, ab Mitte Februar sollte eigentlich eine schwäche Phase aufkommen. Haben wir noch nicht gesehen. Aber eigentlich die schwache Saisonalität zieht sich bis zum April, Mai hinein. Kann jetzt immer noch kommen. So ist es noch nicht, dass die Saisonalität ausfällt. Hört man ja nun gleich wieder. Die Saisonalität fällt sicher aus. Ja, das sind jetzt die ersten zwei Wochen. Sie haben nicht gesetzt. Also es ist immer ein historisches Muster. Das heißt ja nicht, das ist immer so. Es muss immer so sein. Du hast gesagt, Mitte Dezember kommt die schwache Saisonalität. Ja, es gibt auch statistische Ausreiser. Das ist einfach das Mittel der letzten 70 Jahre. Ob es immer so ist, muss nicht sein. Letztes Jahr war die Saisonalität sehr pünktlich. Teilweise auf den Tag genau pünktlich. Aber das muss doch nicht immer so sein. Da kann sie auch mal drei Wochen später kommen oder Verschiebung haben. Das sind historische Mittelwerte, die wir haben. Und wir bewegen uns jetzt trotzdem noch inmitten bzw. am Anfang eigentlich noch der saisonalen schwachen Phase. Diese komplett abzuschreiben, könnte ja tun, würde ich noch nicht tun. Sehe ich das im Schadbild, die schwache Saisonalität bisher nicht. Das bisher nicht. Was wir am Freitag gesehen haben, was kommt im Markt noch gar nicht gesehen. Ich habe es im Trading Chat schon etwas geteilt. Das ist das Thema Regionalbankenkrise. Die kommt, kocht es immer ein bisschen hoch. Vor genau einem Jahr im Dezember ist sie mal rausgebrochen. Hervorgebrochen mit einigen Bankpleiten. hat den Markt überrascht. Hat den Markt überrascht, war nicht darauf vorbereitet. Mittlerweile ist er etwas vorbereitet. Warum? Weil Janet Yellen, Finanzministerin, Ministerin USA oder auch Jerome Powell, der Fedschaft, ziemlich unverblümt sagt, da knirscht es. Wir gucken jeden Tag drauf, da könnte was passieren. Warum sagt er das so unverblümt? Er bereitet den Markt darauf vor. Denn wenn was passiert, damit sie nicht schon wieder so überrascht werden und dann vielleicht so ein Minibank-Run ausgelöst wird. Vorbereitung, dass das ist. Aber wir gucken drauf. Das ist verdächtig. Da könnte was passieren. Und wir sehen das. Wir sehen das. Das da im Hintergrund ist knirsch. Wir hatten jetzt Banken aus Japan, die im US-Büroimmobilienbereich aktiv sind. Die sind schief klar geraten. Wir haben die Deutsche Pfandbriefbank, die zu stark im US-Büroimmobilienmarkt investiert ist. Warum auch immer. Ist ja erst nicht die Megabank. Was machen die dort? Aber anscheinend kennen sie sich dort besser aus als so man die US-Bank. Oder eben nicht. Im Übrigen, die Deutsche Pfandbriefbank, die hat sich so aus die deutsche Hyporilestät heraus entwickelt. Alle, die schon ein bisschen länger im Markt sind. Thema große Finanzkrise. Die Hyporilestät war unser großes Manko, die uns ins Wanken gebracht hat. Und es ist so ein Nachfolger in Tradition, möchte man es nennen. Sind auch mit dabei. Große Abschreibungen. Und wir hatten jetzt am Freitag auch noch die Arealbank, die ebenso gewarnt hat nach ihren Zahlen, die auch zu stark investiert sind im Gewerbeimmobilienbereich der USA und die auch Milliardenfluss abschreiben müssen. Und die sagen, das Größte kommt noch. Kam gar nicht gut an. Also anscheinend, es knirscht definitiv im System. Und nicht nur in Deutschland, sondern eben auch weiter in den USA. Hier ist die New York Community Bank Corp. Die hat eben auch gewarnt mit den Milliardenabschreibungen. Am Freitag war es ein neuer CEO. Und wir haben falsch überwacht und etc. Moody's und Fitch, die Ratingagenturen, die haben heute Nacht die Ratings für die New York Community Bank Corp. abgestuft Richtung Ramschniveau, auf Junk. Und das ist der Hinweis, die werden sich schwer refinanzieren können. Es wird vermutlich eine Bank sein, die abgewickelt wird. So wie es sich ja auch in Paul Schönten sagt. Es ist New York Community Bank Corp. Ja, es ist Porn, 20. größte Bank in den USA. Ist jetzt nicht systemrelevant. Pfandbriefbank ist auch nicht systemrelevant. Hyporilestät hat uns aber trotzdem auch in Schieflage gebracht. Es ist dann mehr die Gemengelage. Die vielen, die dann zum Problem werden können, wenn auch Sorge reinkommt. Und deswegen bereiten eben die Verantwortlichen aus der Politik und von der US-Notenbank die Merkel da auch etwas vor. Damit das eben nicht zum Problem hat. Die alleine kann man abwickeln. Die können übernommen werden. So wie Shibimorgan das zum Beispiel mit den letzten Pleitekandidaten getan hat. Das kann man hinbekommen. Es darf nur nicht aufbrechen. Und das Thema ist definitiv weiter im Markt in den New York Community Bank Corp. Es wird schwer zu retten sein. Meiner Meinung nach Hauptsache, es kommt nicht viel mehr nach. Aber der US-Gewerbeimmobilienbereich ist nicht nur ein Thema für die USA. Wie gesagt, in Deutschland, in Japan haben wir jetzt schon Meldungen gesehen. Es knirscht. Es knirscht dort definitiv im System. Und es kann vielleicht der Punkt sein, wo mal die Konsolidierung getriggert wird, wenn mal ein, zwei Banken pleite gehen. Aber momentan sieht es dann heraus, dass die Notenbanken und die Politik diesmal besser vorbereitet sind als vor einem Jahr im März, wo das komplett überraschen kam. Direkt nach der letzten Notenbank-Sitzung kam es und Jerome Potts zu keinem Wort gesagt. Und kurz danach kippten die ersten Banken um. Diese Blöße darf es nicht geben. Die Märkte waren total überrascht. Und die haben versucht, da vorzugreifen und spricht solche Probleme sehr deutlich an. Das ist der Punkt. Hier wird was passieren. Aber es ist nicht vergleichbar mit der großen Finanzkrise. Wenn jetzt die New York Community Bank Corp. auch noch abgewickelt wird oder bei uns einige Banken ins Wanken geraten. Das darf man eben auch nicht vergleichen. Die Geldpolitik, die Rest, das höre ich auch mal wieder im Kommentarbereich, Zinsen sind jetzt egal, restriktive Geldpolitik ist egal, die haben Big Tech. Alles egal jetzt. Solche Gewissheiten wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig. So ist es eben nicht. Und wir sehen mal auch untergeordnet wird. Der Russell 2000 steht deutlich unter seinem Allzeithoch. Der profitiert nicht wirklich. Der steht noch deutlich unter dem Allzeithoch. Wenn wir das ja auch mal sehen, die Anzahl der Unternehmen im Russell 2000 mit einer Gewinnrezession weiter sehr hoch. Die Zombifizierung von Unternehmen, wo die Schuldentilgung höher ist als die eigene Profitabilität, nimmt auch zu. Also man sieht schon, dass nicht alle Unternehmen, vor allem die Unternehmen, die nicht in Cash schwimmen, wie die Big Techs, die ja durchaus auch ein bisschen anlegen können, das Geld, die auf Kapital angewiesen sind für Wachstum. Die haben Probleme, sich zu refinanzieren. Und die wollen sich dann bei den Regionalbanken refinanzieren. Die halten aber die Liquidität schon zurück. Die haben ja selbst ihre Probleme. Ist dann ein bisschen die Frage, kann das Wachstum dann gehalten werden, wenn die Unternehmen nicht investieren können in Wachstum? Also Untergrund, wir haben die Big Techs, die überdecken das. Aber so Untergrund, so richtig spitze ist es nicht. Und das sieht man eben teilweise auch in diesem zweigeteilten Markt, dass der Russell 2000 hier fast nur auf Bärenmarktniveau tangiert. Ja, und das ist sicherlich ein Punkt. Also Zinswende, vollkommen egal. Vorsicht mit diesen Gewissheiten. Nein, vollkommen egal kann es nicht sein. Auch bei den Konsumenten ist es nicht egal. Sehen wir mal die Ausfallquote bei den Kreditkorten. Die Kreditkortenschulden sind ja auch mehr Jahrzehnte hoch, haben die erreicht. Die Ausfallquote, vor allem bei den Regionalbanken, auf einem Rekordniveau gestiegen. Also seitdem die Statistik erhoben wird, sind auch ungefähr 40 Jahre. Also auch hier wieder, wir sind wieder so in einem historischen Maß unterwegs. Bei den Großbacken geht es noch. Aber eben auch der höchste Punkt seit über zehn Jahren. Also die Ausfallquote bei den Kreditkortenschulden. Die Amerikaner kaufen sehr viel auf Kredit, auf Pumpen mit ihren Kreditkorten, lassen sie glühen. Und diese Zinsen sind nach oben explodiert in dem Bereich 20%. Und da gibt es nun eine ziemlich hohe Ausfallquote. Also es wirkt sich dann eben auch auf den Konsum etwas aus. Das ist die Frage, ob das super goldglöckige Szenario so greifen kann. Also hohe Zinsen, higher for longer, vollkommen egal. Vorsicht mit dieser Gewissheit. Da bin ich mir nicht so sicher, dass das wirklich so ist, dass das vollkommen egal ist, dass wir jetzt so restriktiv bleiben. Wir leben in einer Schuldenwelt, auch wenn wir die US-Schulden mal ansehen oder unsere Schulden, die kann man nicht nur mit extrem hohen Zinsen wieder refinanzieren. Und da gibt es dann solche Meldungen. Ja, diesmal Apollo, aber wir hatten auch einen Fettspeaker. Ich weiß gar nicht, welcher war das Waller. Ich möchte mich so weit aus dem Fenster an. Ich habe es im Trading Chat gepostet. Wir hatten Freitagabend in der Tat Meldungen, die ersten Meldungen, die reingekommen sind. Die Fed wird keine Zinsen mehr senken. Äh, genau, keine Zinsen mehr senken 2024. Hatten wir ja Anfang Februar hatten wir ja noch sechs Zinsen. Ab März geht es los. Da waren wir ja ganz euphorisch gestimmt, über wie viel Zinssenkungen kommen werden. Jetzt liegt das Mittel noch ungefähr bei drei ab Juni, Juli. Und nur die ersten, diese jetzt schon äußern, eigentlich, die Inflation frisst sich fest, Konjunktur zu fest, Arbeitsmarkt zu fest, Lohndruck kommt zurück. Letzten PCA, PCE-Daten waren ja auch stabil. Die Fed kann in diesem Umfeld keine Zinsen senken. Heißt, Pivot, das ist 18 Monate und das hat man, glaube ich, auch noch nicht. Also, das ist auch schon mal diese Extreme, die jetzt reinkommen. Von sofortiger starke Zinswende zu gar keine Zinswende. Dieses Hin und Her ist teilweise auch schon etwas verrückt. Ja, Zinswende hat man jetzt hier damit auch. Ja, die Inflationsdaten, ganz kurz nochmal geguckt, die drückt Richtung Zielniveau. Hier nochmal für Deutschland zu sehen, 2,5% allgemeine Teuerung, könnt ihr sehen. Kerninflation stabil gewesen und ihr seht ja auch noch das historische Mittel hier unten. Zwei Prozent Zielen, ein bisschen sind wir noch entfernt, vor allem mit der Kerninflation. Wird die Notenbank so lange warten? Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Vor allem die Konjunktur trübt sich ja auch in Europa schon ziemlich ein. Beziehungsweise haben wir in Europa eigentlich gar kein Wachstum mehr. Und Deutschland sogar in der Rezession seit einem Jahr dümpeln wir dahin. Man läuft in die Zielzone. Aber so richtig sind wir noch nicht dran. Und jetzt die Zinswende abzuschreiben, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Die Zinsen werden definitiv gesenkt, weil auch das Zinsband zu hoch ist. Das Zinsband, was wir aktuell haben, hatten wir ja auch schon bei einer Inflation von knapp 9%. Das sind wir ja nun nicht mehr. Das muss man ja auch rechtfertigen. Wir müssen auf das nächste Mandat mitschauen. Und das ist nun mal auch etwas die Konjunktur. Und der Arbeitsmarkt, der sich nicht zunehmend eintrüben darf. Dass es am Ende ganz anders kommt, das möchte ich einfach hier nochmal zeigen. Weil jetzt Zinsen werden nicht mehr gesenkt. Und was schiebt sich sonst wohin? Wann hat man den letzten Zinsschritt gehabt in den USA? Letzte Zinserhöhung. Das ist schon lange her. Das war Juli, August. Genau die Ecke war das. Da hat man den letzten Zinsschritt. Also der Pivot, der hat sich schon ganz schön lange hingezogen. Und da bleibt jetzt so jetzt vielleicht höchstens drei oder gar keine Zinssenkung. Ganz langsam nach unten. Was zeigten die vergangenen, die letzten 70 Jahre? Ja, es ging nach oben. Und meistens geht es doch abrupt nach unten. Die Senkungen kommen dann wie ein Stein. Große Schritte nach unten. Weil dann doch irgendwas passiert ist. Und es wird diesmal genauso sein. Irgendwas wird passieren. Es muss nicht der Weltuntergang sein. Es muss nicht wie hier die globale Finanzkrise sein. Oder Schuldenkollaps. Es kann eine Regionalbankenkrise sein. Wo dann aber einfach die Geldpolitik schnell gelockert werden muss. Die dann für die Konsolidierung sorgen. Nicht unbedingt mega bär im Markt. Aber eben irgendeinen Trigger gab es doch gerne, dass die Notenbank dann doch nicht so higher for longer und ganz langsam runter. Sondern dass die Senkung, ich sehe es ja fast immer, ging es steil nach unten, nicht ohne Grund. Und dahinter auch grau sind die Rezessionen. Das ist auch ein wichtiges Thema. Kommt sie oder kommt sie nicht? Jetzt hat man die Gewissheit, sie kommt nicht. Aber Gewissheiten am Markt, ihr wisst, wie das ist. Vorsicht mit Gewissheit. Nichts ist Gewissheit. Also hier sind Senkungen die Realität meistens ganz rasch. Also alle Prognosen, die wir jetzt hier so hören, kann man eigentlich in die Tonne trinken. Aber ab März die großen Senkungen jetzt fallen vielleicht komplett aus. Es kommt am Ende ganz anders, weil wir einen Trigger bekommen. Und der Trigger, man guckt natürlich auf den Gewerbeimmobilienbereich, aber kann natürlich ganz woanders herkommen. Thema Pivot, auch nochmal geguckt, seit den 1970er Jahren, wie lange war denn immer der Pivot? Und jetzt, ich hatte es schon gesagt, Juli, August, also ein halbes Jahr ist der Pivot jetzt schon alt. Damit bewegen wir uns eigentlich voll im historischen Mittel. Also so lange war der Pivot meistens. Also Zinsgipfel, bevor es dann nach unten ging. Hier nochmal zu sehen, es ging meistens steil nach unten. Diesmal ist alles anders. Ja, vielleicht. Vielleicht, ja, vielleicht geht es trotzdem steil nach unten. Ich glaube eher an eine rasche Zinswende. Und ich glaube ganz fest an mehrere Zinsschritte in diesem Jahr. Und vermutlich auch ist es die Konjunktur oder irgendein anderes Ereignis. Kann man ja nicht hervorsehen. Was soll man das wissen, was hervorbrechen soll? Aber in der Vergangenheit war dann doch meistens so, dass restriktive Geldpolitik ihre Auswirkungen gezeigt hat. Irgendwas hervorgebrochen ist. Schattenbankensystem kann es ja auch sein. Man sieht ja nicht alles. Also sind ja eigentlich für den Pivot im historischen Mittel. Meistens folgte jetzt die Umkehr. Auch wenn jetzt die ersten herauskommen und sagen, Zinswende fällt aus. Dieses Jahr passiert gar nichts mehr. Ja, mal gucken. Dann passiert es, glaube ich, erst recht. Oder mal ein bisschen die Erinnerung für die Historie. Wie performte dann der S&P 500 nach der Zinswende nach unten? Also mit den Zinssenkungen. Also ziemlich heftig. Ziemlich heftig. Aber hier hatten wir eben auch Corona. Hier hatten wir die Finanzkrise. Hier hatten wir die .com-Bubble. Das war natürlich ein sehr heftiges Umfeld. Muss nicht immer so sein. Wir hatten ja immer 7%, 5%. Aber so im Durchschnitt waren wir schon um 20% mit der Zinswende, die es da nach unten ging. Wichtiger Punkt war aber das Thema Rezession. Kommt es zur Rezession, ja oder nein? Das ist ein ganz gewichtiger Punkt. Hier hatten wir jeweils eine Rezession. Und da war die Gemengelage umso schwieriger. Und die Konjunktur in den USA, man, die gibt uns ein komplett zweigeteiltes Bild. Die BIP-Daten, also ein Blick eigentlich zurück ins letzte Quartal, was für die Börse nicht mehr so spannend ist. Die BIP-Daten relativ gut. Da muss man aber auch sagen, wir haben ja Wahljahr. Natürlich fanden die Daten relativ gut aus. Arbeitsmarkt ja auch immer stabil. Obwohl wir quasi täglich von irgendwelchen Unternehmen bekommen, dass sie ihre Stellen abbauen. Aber im Arbeitsmarktbericht ist das nirgends erkennbar. Es muss Wahljahr sein. Also sehr zweigeteiltes Bild, auch bei den US-Konjunkturdaten, während den ISM, dem Frühindikator, und ihr seht es ja selbst, für das verarbeitende Gewerbe, für die Industrie, dort leben wir schon lange unter der Wachstumsschwelle von 50. Also irgendwie eine Boom-Phase, die man hier haben. Hier oben, das waren so Boom-Phases, wo das Gewerbe wirklich floriert hat. Und hier unten ist eigentlich das Niveau, da kann eine Rezession auftreten. Warum ist sie noch nicht da? Weil ISM-Dienstleistungssektor, der viel gewichtiger ist für die USA und für das BIP-Wachstum, der hält sich. Und dieser Datensatz, der kommt in der nächsten Woche. Und mal gucken, wenn der sich eindrückt, um dort unter die 50, da bin ich mal gespannt, wie die nächsten Konjunkturdaten auswählen. Von irgendwo muss das Wachstum kommen. Zumindest, dass die Industriegewerbe, das sind weit entfernt von irgendwelchen Euphorie-Phasen. Deswegen Goldlöckchen, besser wird es nicht, ich gehe nur noch oben in Wachstum. Diese Gewissheit, ich weiß nicht. Also vielleicht sehen wir doch die Eintrübung und damit auch die Rückkehr der Erwartung, dass die Zinssenkungen doch früher kommen. Und der ISM nächste Woche kann da sehr wichtig werden. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich hatte es am Anfang des Videos schon gesagt, die Insider-Transaktionen, also der Firmenlänger, die alle, die einen Einblick bekommen. Viele CEOs, hier zum Beispiel der CEO Larry Fink von BlackRock, hat auch wieder gut verkauft mit 25 Millionen, hält sich sogar noch mit in den Rahmen, 25 Millionen US-Dollar Kasse gemacht am Freitag. Wir hatten aber viele prominente Namen in den letzten Tagen. Wir hatten Mark Zuckerberg, der Großkasse macht, Jeff Bezos ist ganz oben dabei. Der hat, glaube ich, 10 Milliarden Cash gemacht im Verkauf von Amazon-Aktien. Wir hatten ganz prominent auch Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, vermeintlich der größte Banker der Welt. Und der ist sehr auffällig. Der hat fast seine kompletten Bestände, die er in den letzten 20 Jahren aufgebaut hat, verkauft. Warum braucht er eine neue Insel für seine Frau? Man weiß es nicht. Kann ja der Grund sein. Aber warum verkauft er so stark? Das war schon immer sehr auffällig, dass eigentlich Jamie Dimon als so wichtiger CEO, der hat natürlich tiefer Einblicke in die US-Konjunktur, tiefer Einblicke auch in den Bankensektor. Er hat ja einige Regionalbanken mittlerweile geschluckt, weil die in Schieflage gekommen sind, also beziehungsweise seine Bank. Er hat da, glaube ich, viele Einblicke. Und mit der groß verkauft, er ist natürlich ein Mahner. Das poste ich ja auch. Und er ist wirklich zum Lager der Mahner. Wird ein bisschen lustig gemacht. Er macht nun schon, glaube ich, seit drei Monaten. Das ist alles, dieser Anstieg der Markt ist zu euphorisch. Also ich glaube, er schätzt das falsch ein. Und guckt dann bitte in die Historie. Also gehört da voll in dem Bereich der Mahner, jetzt schon seit drei Monaten. Ja, dann lachen natürlich die Bullen drüber. Aber letztendlich ist er auch kein Denker, wo man sagt, die kann man eine Pfeife rauf. Ja, keine Ahnung. Da war ich auch vorsichtig. Er hat schon tiefe Einblicke, dass er so mahnt. Und ja, momentan liegt er daneben. Er liegt daneben wie so manche großen Namen, die auf den großen Knall ein bisschen gesetzt haben. Das sehen wir ja auch in den Jahresend-Zielen. Aber sie verkaufen, sie machen Kasse. Sie sind nicht ganz so sicher. Oder sie brauchen ein neues Hochzeitsgeschenk für die Frau. Man weiß es nicht. Aber es fällt halt auf, dass die Insider-Transaktionen zuletzt wieder deutlich zugenommen haben. Und vor allen Dingen auch bei sehr prominenten Namen. Ja, warum, kann ich euch nicht sagen. Aber ich kann es euch sagen, dass diese wieder, auch jetzt Larry Fink, Kasse gemacht hat. Und das da einfach erwähnt. Was gab es noch? Oh, das Video war schon wieder so lang. Wir müssen das mal schnell zusammenfassen, was es noch gab. Buybacks, sehr kurz erwähnt. Wichtige Stütze für den US-Markt. Die Aktienrückkaufsprogramme. Wir laufen jetzt, sind jetzt, das Buyback-Fans ist gerade komplett geöffnet. Also große Stütze für den Markt. Aber bis Mitte März wird es geschlossen und ist dann geschlossen bis Mitte April. Also das im Hinterkopf behalten. Buybacks laufen wieder zurück. Noch voll am Pushen. Ölpreis sei auch kurz erwähnt. Hatte ich auch schon im Trading-Chat gepostet. Der hat den höchsten Stand seit November erreicht. Bricht er hier durch? Hatte hier eine ISGS-Formation. Schulter, Schulter, Kopf, Kopf, Schulter. Hatte ich auch gezeigt im Vers. Brechen wir durch? Zieht der Ölpreis jetzt an? Thema Inflation wäre das natürlich. Das müssen wir wirklich weiter beobachten, ob er hier ausbrechen kann. Schauen wir dann aber im Trading-Chat. Aber das soll einfach erwähnt werden, dass der Ölpreis ein neues Jahreshoch erreicht hat in den Wochenschluss hinein. Und ja, bricht er hier durch? 10 Dollar auf der Oberseite wären dann denkbar. Und dann die große Frage, was macht die Inflation? Gerade in den USA, die jetzt schon so unterschwellig sich verfestigt, wenn jetzt die Energiepreise noch anziehen, wäre das ein Punkt. Weiß ich nicht, ob die Notenbank dann zu gut, so stark agieren kann. China, kurzer Blick. Hatten wir ja auch mal besprochen, vor anderthalb Monaten ungefähr. Ja, China, MSCI, China, ETF, dass man das vielleicht beimischen kann. Habe ich heute noch mal nachgeguckt. 12 Prozent seitdem im Plus. Ist auch diese ganzen Maßnahmen, die die Notenbank, ja nicht die Notenbank, aber auch die Notenbank, die chinesische Regierung, die sie gesetzt haben, dass die sie hier ein bisschen greifen. Aber auch gerade vom Fremdkapital, die Abflüsse sind noch gigantisch groß. Und es ist in dieser Gegenbewegung, ist natürlich vollkommen Abwärtstrend noch. Also es ist noch kein Durchbruch. Und vorsichtig in China, muss man einfach sagen, das ist hoch spekulativ, würde ich mir nie große Positionen kaufen. Auch im Hinblick Politik, Politik, Taiwan, muss man immer vorsichtig sein. Aber sind eben ziemlich günstig bewertet, gerade wenn man auch China Tech anguckt. Und die werden vermutlich auch nicht in das Nichts verschwinden. Also als Beimischung finde ich die weiterhin sehr interessant. Aber es soll keine Anlageempfehlung sein. Termine schauen wir uns ganz kurz noch an. Es ist ein bisschen lang, das Video tut mir leid, aber es ist eben auch ein spannendes Video. Termine steht nämlich sehr viel an. Viele wichtige Impulsgeber. Montag noch ruhig. Dienstag haben wir dann die endgültigen Einkaufsmanager-Indizes. Auch nicht mehr ganz so spannend. Die Erzeugerpreise aus der Eurozone, stimmte Abwärtstrend in Europa durchaus zu erwarten. Industriedaten stehen in der neuen Woche an. Hier dann Dienstag, hatte ich eben schon gesagt, der ISM für den Dienstleistungssektor. Die wichtige Komponente für das BIP-Wachstum in den USA. Verarbeitende Gewerbe ist tief in der Kontraktion, ruft nach Rezession. Aber wenn der Dienstleistungssektor stabil ist, rutscht die USA nicht in eine Rezession. Das wird schon mal ein wichtiger Punkt werden. Wird der Markt auch drauf reagieren. Und vor allem auch hier Thema Preisunterkomponente, Preiskomponente. Wird wichtig sein, ob hier eine Verfestigung der Inflation zu erkennen ist. Also Dienstag 16 Uhr, erste wichtige Termin. Was haben wir dann? Mittwoch haben wir die ersten Jobdaten. ATP, die Jobopenings, die meistens komplett konträr sind, wie zum offiziellen Arbeitsmarktbericht. Ja, der Markt wird drauf gucken, aber der offizielle Arbeitsmarktbericht kommt Freitag und der wird wichtiger sein. Wieder unglaublicherweise mega fest, obwohl die Unternehmen alle, nicht alle, aber viele, viele melden doch, Stellenabbau. Und in den Arbeitsmarktzahlen kommt das gar nicht vor. Das muss wirklich Wahljahr sein. Das wird interessant. Einmal gucken, ob er wieder fest ausfallen wird, wäre natürlich Punkt. Zinswende verstöbert sich. Erste Eintrübung, ja, haben wir in die Eintrübe der Konjunktur und vielleicht dann die Hoffnung, dass die Zinsen doch gesenkt werden. Das schauen wir uns dann Stück für Stück an. Wir haben die erste Anhörung vom Fettschef Jerome Powell im Repräsentantenhaus, einen Tag später dann im US-Szenar. Das wird spannend, weil ich hier wieder auf diesem Kanal live mitbringen und auch dann mit allen wichtigen deutschen Keynotes ausliefern. Abonniert den Kanal, seid ihr da mit dabei. Da wird das Thema Banken, Regionalbank mit Sicherheit angesprochen und natürlich das Thema, wann kommt die Zinswende. Also das wird schon sehr wichtig sein. Der nächste Termin, 16 Uhr. Beispuck der Fett, 20 Uhr, Konjunkturbericht der Regionalnotenbank, natürlich auch interessant, aber natürlich nicht der allerwichtigste Termin. Dann Donnerstag geht es munter weiter, wie gesagt, Jerome Powell nochmal, aber das ist nicht mehr so spannend. Die erste Sitzung ist wichtiger, aber hier hält er gleich letztendlich nochmal die gleiche Rede. Wir haben aber die, die Industriedaten aus Deutschland werden Donnerstag und Freitag gemeldet. Die Industrie ja schwach, 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 wird nicht mehr erwartet, aber vielleicht gibt es hier den Lichtblick. Vielleicht gibt es mal die positive Überraschung. Industriedaten im Fokus und vor allem aber die EZB-Ratssitzung, die wir haben, gibt es den Fahrplan zur Zinssenkung oder bleibt lagart stur. Auch hier EZB-Sitzung 14.15 Uhr, der Zinsentscheid, 14.45 Uhr, die Pressekonferenz, hier auf diesem Kanal wieder live begleitet, mit deutschen, alle deutschen Kinos werden hier geliefert. Abonniert den Kanal, seid ihr mit dabei und am Freitag dann der US-Arbeitsmarktbericht. Also wir haben, boah, es steht vieles an, es steht wirklich vieles an, ISM wird wichtig, FED Jerome Powell wird wichtig, die Industriedaten werden wichtig, die EZB wird wichtig und der Arbeitsmarktbericht wird wichtig. Also die nächste Woche ist in der Tat eine kleine Superwoche und das Video, jetzt habe ich es zwar über eine halbe Stunde geschafft, aber es gibt eben auch einiges zu besprechen in dieser Anstiegsbewegung. Wenn euch das Video zu lang war, schreibt es ruhig mal hinein in die Kommentarspalte, versuche ich es so weiter zu komprimieren. Wenn nicht, umso besser. Es gibt ja auch die Kapitelmarken, da könnt ihr zu allen wichtigen Bereichen springen. Schreibt gerne mal eure Meinung hinein, was meint ihr zur aktuellen Marktlage, was meint ihr zum KI-Hype, was meint ihr zu den historischen Rekorden, die wir aufstellen. Ist das die Übertreibungsphase, geht es weiter, ist das Momentum immer weiter getrieben oder greift vielleicht doch die schwache Saisonalität? Es würde mich freuen, davon euch zu lesen. Das soll es gewesen sein. Vergesst nicht die Short-Checks, die ich gebracht habe für die US-Indizes und den US-Markt, wer da Interesse hat, sollte sich die noch anschauen auf meinem Kanal. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns wieder am Montag auf meiner Trader-Community tradingportal.net oder hier mit etwas Verzögerung dann auf meinem Kanal. Bis bald, macht's gut und ciao.